Nr Usain Lüchelt herzlich willkommen bei einer neuen Folge 2 auf den lieben Herrn auf den selber mein Plex auf den mein Plex selber ich sag's mal so dieses Video müsste noch am 30. oder so kommen sicher bin ich mir nicht wann am 26. oder 28 nein komm ich am 30. kommt am 1. August müsste kommen ich sag's mal so ich werde nicht schafft jeden Tag ein Video hochzuladen obwohl ich es ab August vor hatte weil ich einfach nicht die Zeit habe zum vorbeurteilen weil ich August nicht da bin beziehungsweise ab den 27. September das Problem ist einfach hier dass ich einfach wenn ich eine Runde verliere habe ich einfach keine Lust mehr zum Aufnehmen das ist bei mir so dann verliere ich immer die Lust zum Aufnehmen ich muss echt alle Runden hier gewinnen dann würde ich jetzt hier sehr viele Runden aufnehmen was aber nie passiert denn jetzt hier jetzt mein Plexer passiert das schon beim mein Plexer gewinne ich durchschnittlich fast immer doch jetzt wenn ich jetzt auf den Zocker zum Beispiel jetzt auch das MC habe ich letztens gezockt da habe ich gleich verkackt da sind einfach nur so viele Cheater obwohl hier gibt es auch viele Cheater aber jetzt hier die kann man besiegen oh Gott auf dem deutschen Server ist ja nicht nur noch mal die deutsche mit ihm habe ich gemerkt die meisten Cheater und hier die Kistenplätze ändern sich immer und so aber ich kenne die Maps schon das ist das ja was dann mehr ausmacht ich habe letztens mit jemanden gezockt der gecheatet hat also ich sage es mal so falls ihr cheatet und zocken wollt beziehungsweise aufnehmen dann verkackt die gleich also ihr eine Cheatrunde braucht ihr noch und ich nehme nicht mit euch auf denn ich hasse Cheater hier über alles ich hasse Cheater über alles insgesamt so schauen wir mal weiter nach hier müssten ein paar Kisten mehr sein wieso gehe ich nicht erst jetzt hier rein das war ein guter rein so jetzt müsste ich aber hier ein bisschen OP sein stark sein OP ist nicht aber stark also nicht schnell besiegbar ok man kann eben nicht hoch beziehungsweise gleich schon aber jetzt kein bock hier so in die jump run kürze künste zu machen und danach in die euro zu kommen versuche ich lieber Kisten nicht ein erster kommt hier mal ein bisschen essen Kekse sind so unnötig also im normalen survival ich hatte so ein freund der wollte immer Kekse machen ich weiß nicht wieso also jetzt nicht ja ich glaube er hat so gedacht dass es günstiger ist was jetzt äh Dinger angeht hier so Kuchen ist teurer was einfach mir fällt es jetzt gar nicht ein der wort das wort der wort schau mal hier nach hier nichts ich hier eine steinaxt ich habe gedacht dass eine eisenaxt schauen wir mal weiter nach da unten war einer besiegbar ist er ich hasse es wenn man einfach so in zwei sekunden einfach wieder hier ganze knochen verliert auf meister wird das dann so sein dass man sehr sehr wenig hier hat oh hallöchen ich meine die sachen her was du hier geklaut hast das schlechteste spiel der welt glaube ich gewesen wenn ich mal ein item hier hatte oder er ist einfach nur abgehauen bis jetzt was gut sein kann oder er hat eine hose und weiß einfach nicht wie man es anzieht kann auch gut sein kann auch gut sein kann auch gut sein auf der warte schon mal die kiste zu viele boot brauche ich eigentlich gar nicht mal schwimme ich lieber als sportlicher ok wieso hat er hier alle kisten gehört aber keine scheiße oder hast da kann sein dass jemand anderes gelernt hat schau mal hier oben nach hier oben ist eine kleine kiste eine kiste eisen ich habe hier nichts ich habe also würde es verkacken wenn es so death match gehen würde sage ich mal wahrheit weil ich einfach nichts ein habe schlicht und kommt was man lieber ab oder ist es normal ok 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 sehr gut ist es stein naja ich nehme es jetzt mal hier anziehen 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 ich bin schon kommt ok ich werde glaube ich schwiegen 80 blöcke enthält ok wenn man in die richtung damit ich so abhauen kann und holen wir mal diese kiste hier ok hier das brauche ich gar nicht ich kann mich gerade das kann ich immer das kann ich immer das kann ich immer das kann das kann ich immer so machen wir das mal so gut kann hier raus und dann kann dass da da so dass da war dass das ist das aber ich hasse das wort das da heißt das so hier ist nichts deswegen lass mal weitergehen hier nachschauen ok er geht weg entfernt sie von mir 71 blöcke ok 73 blöcke 68 ok er ist hier irgendwo vermute ich jetzt mal 52 ok er entfernt sich jetzt wieder von mir und ich sah da irgendwas 60 schriftzeichen hier ich bin schon langsam stärker aber natürlich beste wäre jetzt wenn ich hier eisen finde würde ein eisen würde mein leben hätten könnte man sagen da brauche ich nicht andererseits brauche ich schon anders als frauen ich brauche ich nicht hier nächste ist jetzt zehn kilometer entfernt ich habe hier frieden hoch 2 ok es sieht gut aus für mich andererseits sieht aber schlecht aus für mich weil ich wette meisten haben hier bessere items als ich items äh bessere rüstung und so alles vermute ich denn ich habe eine scheiß rüstung hier schauen wir mal gleich danach weil das bisschen versteckter ist ein bogen ok ok ich hoffe das kommt jetzt nicht der schnee stund der würde mich zerficken so dm ja komm also ich will kein dm was man kann ja so vorbeigehen hier denn ich würde verkacken so ok ich schaue mich mal hier so ein bisschen was ich nicht brauche das brauche ich nicht ok es ist mir natürlich nützt nicht immer immer nützlich das tun wir so hin kommt die kommt die akzeptieren ich habe es einfach wieder ein ich weiß es ist noch mal kistikste der mädchen 60 sekunden ok es ist nicht gut das ist in 60 sekunden ich werde verkacken andererseits kann ich schon gewinnen andererseits kann ich auch verkacken einer ist noch gestorben kill it by fall ok er ist gestorben ok er hat mich umgebracht dieser hund hat mich einfach umgebracht dieser scheiß missgeburt habe ich mal eine runde hier wo ich verkackt habe ich glaube das ist die zweite runde wo ich hier verkackt habe äh hä wie hat sich die kiste einfach geöffnet hm sind gar nicht gut ich hoffe er stirbt wer hat mich umgebracht ok ich hatte gar nichts ich hoffe du stirbst ich hoffe du stirbst 1 gegen 1 oh gott bitte stirbt bitte stirbt bitte stirbt du arschloch er hat meinen feinen bogen genommen oh gott bitte ich höre wenn er verliert ich fotze den weg ok ok nein dieser hund ein hohen so hat gewonnen ich hätte er war ein cheater was noch arbeiten und die rüstung ja voll eisen ich wette er war cheater naja ich sag dann bist du nicht so weil wir sind vielleicht auch kein cheater vielleicht ist einfach ein übelster pro der diese map zu 1 zu 1 kennt es hat da bist du nicht so und auch hier sind ich hoffe ich habe die runde gefallen ich werde es mal wieder aufnehmen weil ich keinen bock habe weil ich verloren habe gegen einen loser bis zunächst auf wiedersehen ciao